Nicht alle Helden wurden von Superman ausgeschaltet. Einige wurden sogar von ihm erschaffen. Barbara Gordon, ein Technologie-Genie, konnte sich dem Eine-Erde-Geheimdienst erfolgreich entziehen und versorgte den Aufstand unter dem Codenamen Oracle mit Informationen. Aber nachdem ihr Vater, James Gordon, Polizeikommissar von Gotham, vom Regime ermordet wurde, bündelte Barbara ihren Zorn in ein neues Alter Ego. Sie wartete den richtigen Augenblick ab und griff Superman direkt an. Nachdem sie den Hohen Rat besiegt hatte, war der Name Batgirl plötzlich in aller Munde.